Was geht Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie immer sonntags kein Melee, aber wie versprochen machen wir eine richtig geile Box auf und zwar Phoenix H2 soll mega geil sein und ich habe es im Gefühl, dass wir endlich mal was geiles ziehen aus der Box. Also wünscht mir Glück, lehnt euch zurück und genießt das Video. So, da sind wir. Wunderschöne Box, die wir uns heute gönnen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Da unterstützt ihr mich. Ich mache in der Zeit mal die Box auf. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal, ich bin ja jemand, ich habe manchmal PSA Submissions oder Boxen hier liegen für Videos und ich bin jetzt nicht jemand, der da die ganze Zeit drauf guckt und denkt, boah, ich muss die jetzt aufmachen. Aber manchmal hat man so Tage, wo man übertrieben Bock hat, so eine Box zu knallen und so einen Tag habe ich gerade. Genau so einen Tag habe ich gerade und das, so soll es ja auch sein. Ich mache das ja auch auf Entertainment und ich habe gerade mega Bock, die zu öffnen und mit euch das Ganze zu teilen. Guckt mal, wer da hinten hockt. Der Mann schneidet gerade das Thumbnail für das Video und dann müssen wir noch was anderes machen. Vielleicht bringt er ja Glück. Letztes Mal habe ich ihm die Wambi gezogen, eine gute Mo. Hat aber keinen Bock, sich neben euch zu hocken. Würde ich auch mal in den Kommentaren erwähnen, das Ganze. Genau, wir haben hier die Phoenix H2 Box. Wir suchen acht H2 Exclusive Numbered Parallels per Box on Average. Hier sind die verschiedenen Hits. Ich schreie. Hier sind die verschiedenen Hits. Könnt ihr kurz anhalten, wenn ihr gucken wollt. Und wir haben acht Karten per Pack und zehn Packs per Box. Boxpreis, wo liegt der? So um die 300 liegt der, glaube ich. Übrigens nochmal kurz in eigener Sache. Letzte Chance heute. Wer bis Montagmorgen, was im Shop bestellt, hat die Chance, dass diese ganzen Karten dem Paket hinzugefügt werden. Dann lose Montagmorgen eine Bestellnummer zufällig aus. Dem tue ich die Sachen random hinzufügen. Paket wert zu 150 Euro. Link zum Shop ist in der Videobeschreibung, wie auch alle anderen Links. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe mega Bock. Wir suchen natürlich CJ Stroud. Haben jetzt durch den Trade mit Stefan Dixon natürlich nochmal an Hype dazugewonnen. Es ist fast gar nicht möglich, mehr Hype zu haben als CJ Stroud für die kommende Saison. Und ich habe auch keine Ahnung, wo die Hits sind und so. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal im ersten Pack. Mahomes. Auch ein sehr schönes Base-Set, muss ich sagen, die Phoenix. Ich bin eigentlich echt ein großer Fan von der Box von Phoenix generell. Jonathan Mingo, erster Rookie, dem seinen Namen ich nie aussprechen kann. Dann haben wir Mahomes. Ne, ist eine andere Base. Ist eine andere Base von Mahomes. Okay. Dann haben wir Nick Bosa mit der Orange Flash. Superschöne Karte. Und Herbie mit dem Fired Up. Die müsste numbered sein. Auf 99. Sehr schöne Karte. Machen wir mal eine Hülle. Top-Load mache ich das Ganze später. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Box fandet am Ende. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ja, ich bin jetzt langsam wirklich ready für die ganzen Shows, die jetzt kommen. Also die nächsten Monate werden crazy. Ich weiß, das Jahr bis jetzt war sehr langsam. Weil jetzt halt auch noch keine Shows, keine Events und so waren. Viele von euch waren jetzt in Hamburg, glaube ich, wäre auch sehr gern gegangen. Aber ich war verhindert, weil mein Dad Geburtstag hatte. Geht dann natürlich vor. Aber jetzt geht es ja so langsam los. Dann kommen auch wieder geile Videos hier auf YouTube. Vlogs, das sind natürlich die Sachen, die Videos, auf die ihr am meisten Bock habt. Auf die ich am meisten Bock habe. Und ja, ich habe mega Bock. Und ich hoffe, ihr könnt so ein entspanntes Pack-Opening am Sonntag bei gutem Wetter im Garten oder so auf dem Tablet genießen. Weil viele gefragt haben, ein neuer Shop-Drop kommt diese Woche nicht. Eventuell werde ich ein paar Karten im Shop reduzieren. Deswegen guckt da gerne rein. Nächste Woche, nächsten Sonntag, 14.04.18 Uhr wird vermutlich der nächste Shop-Drop kommen. Also guckt da auf jeden Fall rein. Wir haben Jordan Edison und wir haben wieder so eine Flash. Ups, doch. Sieht aus wie Chase. Joe Mixon ist es. Der auch mittlerweile bei den Texten spielt. Die ist nicht nummeriert. Und wir haben Michael Mayer Hot Routes auch nicht nummeriert. Okay. Also keine Numbers in dem Pack. Aber wir haben ja, okay. Wir haben 10 Packs und 8 nummerierte. Heißt, es werden auch 2 Packs ohne Numbers sein. Oh, ich habe gerade richtig Bock auf einen geilen Hit. Schreibt es mal rein, jetzt an dieser Stelle, ob ihr glaubt, dass wir eine Karte über 100 Euro Value ziehen oder nicht. Schreibt mal rein, ob ihr an mich glaubt. Es ist ja immer noch nicht passiert, dass ich selbst eine Karte über 100 Euro gezogen habe. Nur für den Mo. Nur für den Mo. So, Baze, Josh Jacobs, Kenny Pickett, Jaron Hall. Wir haben Dane Henley und wir haben eine umgedrehte. Was heißt das, Mo? Wir haben Jaden Reed. Warte, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt am besten? Ich ziehe das mal von hinten. Wir haben Deuce Vaughn mit der Purple Shock Rookie auf. 125. Und hier haben wir eine umgedrehte. Habe ich so... Habe ich so... Oh, wie heißen die nochmal, Mo? Diese... Cardstopper. Ach Mann, ey. Wir nehmen eine Base-Karte, komm. Ja, wir nehmen eine Base-Karte. Was soll's? Jetzt muss es eigentlich ein Auto sein. Ich weiß nicht, kann man da Autos ziehen? Bestimmt. Ist das cold? Nein. Nein. Wenn es Anthony Richardson ist. Oh, nee. Oh, nein. Also, es ist kein Auto nummeriert in der Box, Leute. Wir haben eins gezogen. Von Adel Bavor. Auf 25 sogar. Nein. Ey, ich habe ein Auto gezogen, Mo. Von dem Rookie auf 25. Und in dem Team spielt der beste Rookie, den man hätte ziehen können. Anthony Richardson. Ich habe nur das Logo gesehen. Oh, nein. Wir wurden so gebatet, Leute. Und da geht. Das hätte Anthony Richardson sein können. Auf 25 Auto. Das wäre natürlich ganz big gewesen. Aber ich meine, ein Rookie-Auto auf 25. In der Box, wo kein Auto garantiert ist. Es gibt schlechteres. Es gibt schlechteres. Ich habe keine Ahnung, was die Wert ist. Ich blende euch den Wert dann ein. Werde ich natürlich gleich nachgucken. Oh, es hätte Anthony Richardson sein können. Der Bann wäre gebrochen gewesen. Hätten wir die gezogen. Dann wäre es auf jeden Fall über 100 Euro gewesen. Also, die wäre auf jeden Fall über 100 gewesen. Wir haben auch übrigens eine sehr, sehr, sehr geile Anthony Richardson bekommen. Die ich noch nicht ausgepackt habe. Ich glaube, die liegt hier neben mir auf dem Poststapel. Böse Karte. Sehr böse Karte. Oh, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen. Übrigens, Leute. Wenn wir jetzt hier sind. Die Box ist natürlich gesponsert. Das ist natürlich sehr lieb von den Jungs. Gesponsert von German Trading Cards. Mein Partner. Haben alles am Start. Boxen, Breaks, Zubehör. Alle meine PSA-Submissions laufen über die Jungs. Also, checkt die gerne mal ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Und ihr könnt auch was sparen. Ich meine, ihr unterstützt damit natürlich mich auch ein bisschen. Weil die Jungs sehen, okay. Der Zipster wird unterstützt. Dadurch können wir ihm ab und zu geile Boxen geben. Für coole Videos. So hat jeder was von. Ihr kriegt coole Videos. Ich kriege eine coole Box. Und die Jungs haben natürlich auch was davon. Also, ihr könnt 5% sparen. Beim Checkout bei German Trading Cards. Mit dem Code Zipster. Auch alles unten in der Videobeschreibung nochmal. Guckt da gerne rein. Nutzt meinen Rabattcode. Ich meine, es sind 5% für euch, die ihr spart. Und überzeugt euch selber nochmal gerne davon. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ihr habt nochmal kurz gesehen, was German Trading Cards alles im Angebot hat. Wie gesagt, stöbert selber mal gerne über die Seite. Überzeugt euch selbst. Und kommt auch zur Trade Night nächsten Samstag. Nächsten Samstag, 13.4. Könnt kommen, wann ihr wollt. Aber ab 8.00 Uhr geht die Traden halt so richtig los. Kommt da sehr gerne vorbei. Traden. Ich werde auch vor Ort sein. Und ja. Kommt da gerne mit euren Karten vorbei. Immer eine entspannte Zeit. Break, Quiz, was essen. Einfach mit Gleichgesinnt ein bisschen quatschen. Ein paar Deals machen. Und, und, und. Und wir suchen jetzt natürlich. Auf jeden Fall haben wir eine Sam Howl. Äh, Silber hier. Wenn jetzt die Kamera gerade kurz spinnt. Und hier haben wir eine. Ryan Tannehill. Aber die sehen richtig schön aus, muss ich sagen. Die sehen richtig, richtig schön aus. Gefallen mir richtig gut. Auf 199 ist die. Das geht ja auch nicht immer um den Wert. Aber ich finde die Karte richtig schön. Also Phoenix generell dieses Jahr. Ich glaube Phoenix kam auch sehr gut bei euch an. Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Wie ihr die Phoenix Designs dieses Jahr findet. So, wie viele Packs haben wir noch? Ich glaube, wir haben noch die Hälfte. Aber wir suchen natürlich weiterhin CJ. CJ, CJ, CJ. Ich habe ja letztens eine Umfrage gestartet. Schreibt mir da auch mal gerne eure Meinung noch rein. Äh, Bryce Young, CJ Stroud oder Anthony Richardson. Ich meine aufgrund von verschiedenen Faktoren. Natürlich aufgrund der Leistung, was er gebracht hat. Aufgrund des Potenzials. Aufgrund des Teams. Aber man darf natürlich auch nie den aktuellen Preis außer Acht lassen. Wo du halt, Bryce Young ist halt deutlich günstiger als CJ Stroud. Ähm, hat dadurch natürlich mit dem geringen Preis auch mehr Upside nach oben. Was ist das denn? Schon wieder eine umgedrehte. Was geht denn ab? Wir haben erstmal Mark Andrews mit der Flash. Dann haben wir Jaden Reed. Sehr geile Karte. Rookie. Sehr guter Rookie. Auf 199. Wir haben nochmal eine umgedrehte. Geil, wir nehmen wieder eine Base-Karte. Das kann jetzt aber nicht noch ein Auto sein. Das wäre ja rigged, oder? Ja, was ist das denn? Ist ein Filler. Ja, moin. Wurde verarscht. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding, das ist ein RPA. Gut, reden wir nicht drüber. Super. Ihr wisst, ich bin kein Boxprofi. Ich wurde auch schon oft gefragt von Leuten oder auch von Anbieterseiten, sag ich mal, wo sowas stattfindet. Ob ich das in Richtung Breaks machen will. Aber ihr seht, ich mache ab und zu mal gerne eine Box für mich auf. Man weiß natürlich nie, was in der Zukunft passiert. Aber ist nicht so meine Expertise. Ich mache das gerne einfach mal aus Spaß mit Freunden oder vor der Kamera für euch. Aber aktuell nicht geplant, weil ich da was in die Richtung mache. Wir haben wieder eine dicke Karte. Werde ich jetzt wieder verarscht? Und ab und zu mal auf die Cam drücken. Randy Moss, wir haben Michael Wilson, wir haben Aaron Rodgers. Das ist doch wieder so eine Filler-Karte. Ich lasse mich nicht wieder verarschen. Äh, äh. Äh, äh, Leute. Clark Phillips auf 125. Und Mark Andrews, die ist aber nur die Base, nicht die Silver. Und die sind schon sehr geil, muss ich sagen. Ey, diese Flash-Nummerierten. Sehr, sehr geil. So, die packen wir da drauf. Und wir haben noch drei oder vier Packs haben wir noch. Ein entspanntes Opening. Ich meine, die Off-Season von der NFL ist jetzt schon wieder ewig. Es dauert immer so lange, bis die rum ist. Man freut sich immer so, bis die Season startet. Und dann geht es immer so schnell wieder rum. Aber immerhin war die Off-Season halt bis jetzt absolut geil, ne? Muss man sagen. Und unsere Nummerierte ist Brandon Ayuk, glaube ich. Brandon Ayuk auf 99 von den 49ers. Sehr, sehr, sehr schicke Karten, muss ich sagen. Gefallen mir vom Design wirklich mega. Lass uns mal kurz rechnen, wie viele Numbers wir schon hatten. Ob wir noch welche erwarten dürfen. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Sieben. Also es müsste noch eine Numbers kommen. In drei Packs. Oder war das Auto ein Extra-Hit? Ich glaube, das Auto zählt nicht dazu. Ich glaube, wir erwarten noch zwei, weil das Auto war kein garantierter Hit. Das Auto, upsala. Das Auto war kein garantierter Hit. Wir haben Nick Bosa. Ups. Nick Bosa. Javante Williams. Joe Burrow. Mike Evans. Dylan Horton. Brian Breeze. Come on, CJ. Zeig dich. Aber ich glaube es wieder kein CJ. Wir haben Kyler Murray mit der Silver Shock. Auch sehr gespannt, was der Mann treibt nächstes Jahr mit der ersten richtigen Saison, die er wieder komplett spielen wird. Und Dorian Thompson Robinson auf 199. Leider auch noch nicht so wirklich. Ah gut, das Auto war Low-Numbered auf 25. Aber die Numbers waren eher hochnummeriert. Aber ja. Sehr nice. DTR, wenn man so gut sagt. Ich glaube, das ist doch Dennis the Ripper, sein Spieler, oder? DTR. Auf 199. Noch zwei Packs, Leute. Noch zwei Packs. Wie gesagt, hoffe ihr enjoyed. So ein entspanntes Opening kann man sich immer, glaube ich, geben. Zach Schabon. Nee. Wir haben Jared Goff mit der Flamethrowers. Wir haben Deshaun Watson. Und wir haben Odell Beckham Jr. mit dem Color Match. Die ist richtig nice, ey. Auf 125 mit dem Color Match. OBJ. Die ist geil. Die ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Dann haben wir Deshaun Watson. Und mit der Silver Normal. Und Jared Goff mit der Schock-Variante. Ich glaube, die heißen Schock, ne? Ich sage immer Schock. Ich hoffe, sie heißen Schock. Ich hoffe, sie heißen Schock. Wenn nicht, korrigiert mich sehr gerne in den Kommentaren. Base-Karten darüber. Und letztes Pack. Last Pack Magic. Wir haben noch keine CJ Sprout. Auch keine Base oder so. Aber so irrt halt, ne? Wenn du halt auch in einem Produkt wirklich gefühlt nur ein Spieler unbedingt haben willst. Hast du ja im Basketball aktuell das gleiche Problem mit Wemby. Es ist halt wirklich gefühlt Wemby oder Bust. Im Football ist es nicht ganz so schlimm. Es gibt noch einige andere gute Rookies. Aber CJ Sprout ragt halt schon sehr krass raus, ne? Wem Jameer Gibbs mit, ich weiß nicht, Kontur ist genau. Silver Prism Rookie. Schöne Karte. Und die letzte Karte ist eine Tyree Wilson Rookie Schock. Nicht nummeriert. Das war's. Das war's, Leute. Ich glaube, wir haben die acht Numbers gehittet. Plus. Wie ist das dick? Ähm. Boah, guck mal. Genau die letzte Hülle verbraucht. Es hätte so sein sollen. Hätte so sein sollen. Wir haben... Gucken uns nochmal die Hits an. Bam, bam, bam. Jameer Gibbs. Terry Wilson. Deshaun Watson. Jared Goff. OBJ. Die finde ich richtig schön. Und der Hund bellt wieder super. OBJ auf 125 Color Match. DTR. Die so Orange finde ich auch sehr schön mit dem Flammen im Hintergrund. Clark Phillips. Jaden Reed auf 199. Mark Andrews. Sam Howell. Tannehill. Jaden Reed. Doos Vaughn. Ja. A.D. Bavor. Auto auf 25 Rookie Auto. Richtig, richtig geil an sich. Weil es war kein Auto garantiert in der Vox. Dass wir halt natürlich eins gezogen haben. Ist sehr geil. Wurden halt übelst gespoilert. Oder ein bisschen gebaitet. Weil die beste Rookie Auto Karte, die du ziehen kannst, ist Anthony Richardson. Beziehungsweise der Spieler. Da Bryce Young und CJ Stroud keine Rookie Autos haben. Bleibt nur AR übrig. Und der ist natürlich bei den Colts. Und ich habe nur den Helm gesehen. Und hatte natürlich sehr Hoffnung. Aber trotzdem, ein Auto in der Hopbox, wo kein Auto garantiert ist. Ist immer cool. Joe Mixon, Michael Meyer, Nick Bosa und Justin Herbert. Diese finde ich echt cool auf 99. Diese Orange. Das war das Video. Ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen genießen. Auch wenn es kein Mailday war. Den machen wir nächste Woche wieder. Ich habe keine Ahnung, was die nächste Box sein wird. Muss mal mit den Jungs von German Trading Cards quatschen. Was demnächst auch rauskommt. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Auf welche Box habt ihr Bock? Basketball oder Football? Einfach welche Box euch vom Design, vom Inhalt einfach interessiert. Könnt ihr gerne reinschreiben. Dann gucken wir mal, was zu machen ist. Wie gesagt, vielen Dank an German Trading Cards. Checkt die gerne ab, die Jungs. Nutzt da gerne meinen 5% Rabatt bei allem. Also könnt ihr bei allem nutzen. PSA, Breaks, Boxen, Tube, alles mögliche. Einzelkarten natürlich auch. Und ja. Dann würde ich sagen, bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Genießt das schöne Wetter. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.